Der Dienstag zeigt sich bis in die Abendstunden wolkenlos. Dabei bewegt sich das Thermometer zwischen 5 und angenehmen 21 Grad. Auch in der Nacht ist der Himmel unbedeckt, bei Werten von 6 bis 11 Grad. Auch die kommenden Tage bringen warmes Wetter. Zur Wochenmitte erwarten uns bis zu 13 Stunden Sonne und ein Maximalwert von 20 Grad. Ähnliche Wetterkonditionen gibt es am Donnerstag und am Freitag beträgt die erwartete Tageshöchsttemperatur sogar 22 Grad.